Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit dem Multipack aus der FIFA World Cup Katar 2022 Adrenalin XL Kollektion von Panini. Und damit seid willkommen zu diesem neuen Collectors Video, in dem wir uns heute mal das Multipack aus der aktuellen Trading Card Kollektion von Panini zur Fußball-Weltmeisterschaft anschauen wollen. Mit 32 Cards, verteilt auf 4 Booster Packs und der einen Limited Edition Card, die als Bonus in diesen Multipacks enthalten ist und die ihr hier auch schon in der Bildmitte sehen könnt, gibt es zum Preis von 6,99 Euro, überall da, wo ihr Sticker und Trading Cards kaufen könnt. Und für diese Multipacks gibt es insgesamt 10 verschiedene Limited Edition Cards, sodass ihr dann bei eurem Händler auch ein bisschen durch die verfügbaren Multipacks blättern könnt und euch die Limited Edition Card aussuchen könnt, die euch am besten gefällt. Eine leicht abweichende Version dieses Multipacks bietet der Panini Online Shop an, dort spart man sich die ganze Verpackung, die ihr hier im Bild seht. Ihr bekommt dort also 4 Packs aus der normalen Displaybox, könnt euch dafür aber die Limited Edition Card, die dazu gepackt wird, aus den insgesamt 10 verfügbaren frei aussuchen. Das ist ein kleiner Vorteil im Vergleich zum Laden, wo man ja dann meistens immer nur eine begrenzte Anzahl dieser Multipacks findet und nicht direkt alle 10 verschiedenen. Auch wenn ich ein großer Freund des Kaufens im stationären Handel bin, das ist sicherlich eine gute Option, wenn einem noch ein oder zwei dieser Limited Edition Cards fehlen und man partout im Laden keins der Multipacks mit diesen Karten findet. Den Link zum Panini Online Shop mit diesem Multipack Angebot findet ihr unten als Service in der Videobeschreibung. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was Panini uns Schönes in diese 4 Booster Packs gepackt hat. Und wir gucken mal, wie einfach diese Limited Edition Card von dem Multipack runtergeht. Das ist ja auch immer ein ziemliches Abenteuer gewesen in den letzten Jahren, wo man dann immer gut aufpassen musste, dass man sich seine Limited Edition Card nicht beschädigt. Gleiches gilt natürlich auch für die Booster Packs beim Abziehen. Die sollte man sich dann auch nicht unbedingt so verbiegen, dass die Karten da was abbekommen. Also ihr seht, da ist schon ordentlich Kleber vorhanden. Wir gucken mal, die Limited Edition Card hat auch zwei so Klebepunkte, die richtig gut halten. Also da muss man dann gegebenenfalls mal mit einem Föhn arbeiten. Wenn man eins los hat, dann geht es auch mit der Drehtechnik relativ gut. So, und wir haben hier die Limited Edition Card von Virgil van Dijk aus, die Niederlanden, mit diesem richtig tollen Effekt im Hintergrund. Also die Limited Edition Cards, richtig klasse geworden in diesem Jahr. Die packen uns da schon mal extra hin und dann schauen wir, was wir in den vier Booster Packs noch finden. Vielleicht ist da eine der seltenen Rare Cards dabei. Wir beginnen zunächst mal mit einem Online Code für euch. Dann haben wir die Fans-Favorite-Karte von Lee für Südkorea. Da drunter noch eine weitere Fans-Favorite-Karte mit Baba für Ghana. So, und dann drehen wir den Berg um, finden erneut Virgil van Dijk, diesmal als Base-Karte für die Niederlande. Kasper Schmeichel für Dänemark, Eden Hazard, Belgien, Ruiz, Costa Rica, Suleymana für Ghana. Und dann haben wir als weitere Special Card im Päckchen noch die Titan-Karte von Antonio Rüdiger. Auch die, wie ihr sehen könnt, mit einem richtig tollen Effekt im Hintergrund. So, zweites Päckchen. Nächster Code für euch. Und das Wappen des Argentinischen Fußballverbandes. Dann haben wir unsere erste Contenter-Team-Karte mit der Ukraine. Nochmal Antonio Rüdiger als Titan, das ist natürlich nicht ganz so glücklich. Finde ich immer ein bisschen kritisch, wenn die gleichen Special Cards mehrfach in einem Produkt vorkommen. Dann haben wir Sauerweer Wittmer für die Schweiz. Castelletto für Cameroon. Gareth Bale für Wales. Jetlin für die USA. Und Brazwaite für Dänemark. So, drittes Päckchen. Wir kleben schon hier zum Teil an der Unterlage fest. Also diese Klebepunkte sind da bei den Multipacks doch immer ein ziemliches Ärgernis. Da kann man nur hoffen, dass Panini vielleicht demnächst nochmal eine andere Lösung findet für diese Multipacks. Und wir finden Gold-Karte im Päckchen mit der Game-Changer-Karte von Eden Hazard für Belgien. So, das ist eine. So, wir gucken, dass das nicht aneinander klebt. Dann haben wir die nächste Contender-Team-Karte. Diesmal das Team aus Wales. Eine Magician-Karte von Mikkel Damsgaard aus Dänemark. Und der Rest sind der Base-Karte mit Donja Mahlen für die Niederlande. Joachim Emele Dänemark. Hamingsson Korea. Tadic Serbien. Und Denzel Dumfries für die Niederlande. So, letztes Päckchen. Und da fällt jetzt hoffentlich nochmal eine etwas seltenere Karte raus. Wir machen es mal ein bisschen spannender. Und beginnen zunächst mit den Base-Karten und Robin Gosens aus dem deutschen Team. Nochmal deutsches Team mit Kai Havertz. Dann haben wir Darwin Nunez Uruguay. Alvarez Mexiko. Dann kommt der Code für euch. Und eine Rookie-Karte von Diogo Costa aus der World-Kategorie für Portugal. Auf diesem schicken lila Hintergrund. So, hier haftet es wieder ein bisschen zusammen. Und wir finden eine weitere Gold-Karte mit der Game-Changer-Karte von Dusan Tadic aus Serbien. Dann haben wir noch eine Fans-Favorite-Karte. Mit Christian Eriksen aus dem dänischen Team. Und noch eine weitere Magician-Karte mit Lucas Paqueta aus Brasilien. So, das also die Ausbeute aus unserem Multipack. War so ungefähr das drin, was man erwarten durfte. Die World-Karten gibt es ja in jedem fünften Päckchen. Also da haben wir Glück gehabt, dass wir eine in den vier dabei hatten. Bei den Gold, die in jedem dritten Päckchen drin sein sollen, sind wir ein bisschen besser weggekommen. Mit zwei Stück aus vier Packs. Und die Power- und Fans-Karten dann ja sowieso in jedem Päckchen drin. Das ist dann somit das, was ohnehin zu erwarten war. Ja, man hofft natürlich immer, eine der seltenen Wear-Karts aus so einem Produkt zu ziehen. Da hatten wir in dem Fall leider kein Glück. So, dass die Limited Edition-Karte von Virgil van Dijk unsere beste Karte aus diesem Unboxing bleibt. Eure Meinung zum Multipack und den Karts, die wir gezogen haben, könnt ihr jetzt noch unten ins Kommentarfeld ticken. Ich freue mich da über euer Feedback. Gerne auch nochmal aufs Däumchen nach oben drücken und Like dalassen, wenn ihr da bisher noch nicht dran gedacht habt. Und wenn ihr weitere Videos zu dieser, aber auch anderen Sticker- und Trading-Kart-Kollektion nicht verpassen wollt, dann sichert euch jetzt noch eins der kostenlosen Kanal-Abos. Wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!